Applaus Es geht in den Siebten und psychologisch ist das der Vorteil für den Vertreter. Applaus Florian Blum steht dort vor einem der großen Verfrittungen dieser Maschenschaften-Zug-Eliminären, Mark Ruhnberg. Applaus Florian Blum steht dort vor einem der großen Verfrittungen dieser Maschenschaften-Zug-Eliminären, Mark Ruhnberg. Florian Blum steht dort vor einem der großen Verfrittungen dieser Maschenschaften-Zug-Eliminären, Mark Ruhnberg. Applaus apan Applaus multiplier Vielen Dank.